Hallo, herzlich willkommen zu einer gediegenen Partierettung auf den Hollywood Hates, das Ganze im Noob-Skin-Stein-Modus. Mit dabei, I Despin. Mit dabei, I Larspin. Mit dabei, I Schlange. Und I Robson. I Robson. I Robson. 25, 24, 23, 23, 21, 21, 22. Ero, auf damit! Mach das auch nicht bei dir! If you happy and you know it! Let's go ahead! If you happy and you know it! Let's go ahead! Ah ja, wenn man so schnell los auch will, muss man so gestärkt. Ich bin missgeboten. Wir haben nur drei Jahre. lange kurz da oben ist einer habe ich wieder gesichtet mich ja so ich brauche hat die sitzen bei 1 zu zweit in der ecke ein habe ich aber 1 oder 2 weil rutsche von oben kann es losgehen deswegen links eine oder da ist noch einer aber zwei das ist eine ecke die sind noch wer hat immer dieser kämpfer war schon besser auch nicht gut das war sehr schön aber nicht alles super gemacht hier hoch mit der geisel jetzt haben wir bestimmt noch besser besser platzieren können er war hinter dir schon gibt die gleich kippen carrier habe die geisel gecarrie oder das stammt ist der geisel jahre das wäre jetzt noch eine kassere seilrutsche hin pass auf krasser jetzt kassen die hose passt mal auf das ist ja da oben direkt hier am start oder hier nicht da oben jetzt eine nein die will ich haben einer ist schon oben einer ist schon oben markieren kann ich nicht ich habe nur den kopf gesehen hier bin nur von beiden gesehen da oben ist auf jeden fall schon einer mischer ganz rechts ganz rechts kommt einer hinten bei uns der müsste recht sein oder einer das haben wir ein wie sie vorwarten wir wollen wieder direkt drauf instant tot schnüpfe reiter schnüffr schnüffr hattet liebe Freunde sehr gut Robert denn? zu 1 fürs Team echt? Vorteile eingelöst ich vergesse sehr gerne mal die Vorteile einzulösen ich hab generell sehr wenig von denen auch keine Vorteile äh hinter dir schlange rechts ist einer also klar danke ich hab nicht eingetroffen hab ich gesehen links 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 und bei uns in der Base ah bei uns in der Base Punkte der hinter läuft da so bisschen du wolle dich messern oh ja hab ich wieder okay das war ja jetzt nicht gerade die Pass oh ah alter was ne ach lass uns grad unten wo ich sagen ja du bist aber dafür relativ oft gestorben nein danke doppelt start ne dann was passiert dann dann warum könnte ja schon los hey ich will die Seilrutsche Robert geh weg davon ich hab ne eigene oh cool oder was du Opfer hat sich jemand helft warum ist die jetzt schon wieder weg keine Ahnung du musst schon ein bisschen höher gucken wenn du unten diese Rutsche anguckst baust du die ab ne nein bei der 1 bei der 2 ist einer 2 2 2 ne 1 3 3 da sind alle da ist der ganze Team ist da der ganze kaputt bei der 2 oder was bei der 1 bei der äh wenn du da hoch gehst lass du bist verhaftet du bist verhaftet Alter Lesbill was tust du du hast noch ein Sniper bei oder was Brandgranate kommt du wotchen ich bin ja Lars nimm dir die andere geisel du Affe du wotchen du wotchen du wotchen du wotchen du wotchen nimm dir die andere geisel lass Nimm dir die 2 und Condor ab das ist die rechte Schlange guckste drauf ne oh Alter Shaun hinter dir Lars hast du gesehen die Schlange ne ich Promised笑 hallo Bro hallo Venna hallo Venna hallo Venna jetzt sind wir auf der anderen seite bei der einzuspannen ist taktisch cleverer weil wir dann direkt bei denen ist man bei zwei hat hat du patin so könnt ihr mal bereit drücken die missgeburden die gegner weil wir mal bereit wir sind halt nicht bereit sie ist ja auch so wie die spiel sind sind einfach nicht bereit ehr 1 2 1 happy new year oder in den start drücken ab soll da kommen wir denn hier um arsch heute wie redet der kolle mit mir einer über links weil wir in der mitte ich habe in die wand geschossen verletzte ich hänge fest kann mich jemand irgendwie schubsen ich ging da fest ich konnte nur auf der stelle laufen hoch las schlange rennt er wieder mit seinen warte ich bin gerade oben warum gehst du denn drunter ich komme anders hin wo ist denn der kammer hat der meiner von euch geguckt ob der afg ist habe ich schon weil die brandkanate von uns nein das wäre die blau aber die blau ich würde sagen wir gehen einfach mal ganz gediegen zu den geiseln ja wir kriegen auch eine meldung sobald er an den langläuft aber nur wenn er markiert ist wer hat die wahrscheinlich macht kein problem robert ich guck auf dich mbc das war nur freunde hat euch gefallen hinterlassen däumchen das bin auch wieder nicht hoch hallo